Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fand ich cool. Wir machen aber trotzdem die Saison weiter. Gut. Dann machen wir weiter Saison. Aber es war lustig. Ich hätte gerne die Skins. Oh Gott, ich hätte gerne den Junkenstein-Skin. Das wäre super. Oder den Hexen-Skin. Oh Gott. Oder alle Skins. Wobei Reaper-Skin sieht echt mega geil aus. Kann man ja sogar gucken hier. Warte. Hier, den Reaper-Skin. Für die, die nicht so genau hingeschaut haben. Den kann man nämlich auch haben. Da, Kürbiskopf. Da. Total geil. Ich finde den Skin, der sieht mega aus. Ich finde, das sieht super aus. Ja, Juniowar. Ich kann gerade nicht. Nehme auf. So, Verteidigungsstellung. Geh schnell auf Lucio. Alle anderen haben schon, naja, gewählt. So, jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt hier wieder normal spiele und nicht. Und nicht Soldier. Wobei, wir waren gut mit Soldier. Gut, waren wir gut mit Soldier. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es ja nur Zufall, dass wir gut waren. Man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir mal versuchen, Soldier zu spielen. Einfach nur mal so. Weil der hat jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie gerade cool. Vielleicht lag es echt daran, dass wir, naja. Gut, viel konntest du da nicht falsch machen, würde ich mal sagen. Oh. Cave. So, wen haben wir denn jetzt eigentlich alles da? Ja, zwei. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nehmen wir sie mal mit. So, erledigt. Jetzt kann ich auch endlich wieder ein bisschen reden. Jetzt brauche ich mich nicht mehr ganz so konzentrieren. Der wird mit Kürbissen um sich. Ah ja, okay, alles klar. So, dann wollen wir mal richtig schön. Schön, dass wir uns hier so hinter verstecken. Ja, komm schon. Ich kann nicht. Alter, lad doch nicht ständig nach, du Hoden. Kacke. Ja, Gott sei Dank. Noch das gemacht. Verdammt, Alter. Der, wir kriegen diesen Reinhardt nicht tot. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar, dass wir diesen Reinhardt nicht tot bekommen. Der überlebt ja nur. Die blöde Sau. Alter, der Reinhardt von denen ist echt gut. Der geht echt richtig ab. Scheiße, wollte gerade hinter. Wollte gerade hinter. Ich war auf dem Weg. Mist. Naja, jetzt scheinen die gerade ein bisschen festzuhängen. Das ist gut. Gut. Vielleicht wurde, vielleicht wurde irgendwas geulti'd. Mein Handy wimmelt. Der kriegt echt keiner tot hier, ey. Das gibt's gar nicht. So. So. Wie sieht's aus? Komm schon. So. Wenigstens mit erledigt. Die Stunde hat geschlagen. Ich weiß nicht wo. Verdammt! Am Ende. Ich dachte, das wäre vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Ah, wieder genau in der fucking letzten Sekunde, ey. Das gibt's doch nicht. Nein! Alter, Handy. Mist. Ah, hat jemand das Match verlassen? Ja, bei uns wieder. War klar. Match liefers. Wenn die meinen, das schaffen wir alles nicht. Na klar. Es sieht nicht gut aus, aber... Im Endeffekt. Ja. Ich bin ja schon hier dabei Nein, wollte gerade Ulti Wollte gerade Ulti machen, verdammt Ich weiß nicht wie er, ich konnte irgendwie nicht weg Hey, Mann, Ulti von der Ich arbeite an das Mal aufpassen, wo er hier hinfliegt, der Scheiß Nein, er hat mich Ah, fuck, Mann, ich hänge hier hinten fest So knapp Kommt schon Gott sei Dank Hui Das war jetzt aber schon ziemlich knapp gewesen Muss ich mal so sagen Muss ich mal jetzt so behaupten Oh, okay Wir sind wieder Lucio Sind ja sogar alle da Waren schon die ganze Zeit alle da? Sind die wiedergekommen? Kann ja sein, der hat irgendjemand geschrieben Dass er einen Ping von irgendwas hat Von 250 und das ist echt scheiße Oder echt schlecht, sagen wir es mal so Ach ja Na gut, das wird aber nicht leicht Und die waren nämlich fast am Ende gewesen Also Nur durch einen Komplettsieg können wir noch gewinnen Und das wird bestimmt nicht leicht Oh Aber Ich kann es noch Würde ich erstmal so behaupten, dass ich es noch kann Kann auch sein, dass ich mich täusche Dass ich es doch nicht kann Aber Die Joffrey Bray Ja, ja, wie auch immer Bitte was, Alter? Kannst du mal auf Hat Färber mich gerade angebaggert? Was ist denn los mit dir? Hey, ich habe dich auf dem Radar Nein, geht gerade nicht Kann auch nicht antworten Nur privat Ja, ja, ist ja gut da hinten Können wir hier lieber uns schützen, ey So, der ist schon mal tot Haben wir sehr gut runtergezupft Immer schön rufnageln da Wieder einer tot Okay, hinter uns irgendwie Nein Schon weg Na, endlich ist er tot Ich bin jetzt, äh, dabei So Er ist weg Er ist weg, habe ich gesagt Gut, er ist weg So Ein bisschen hochheilen Gucken, dass wir Reaper da hinten mitbekommen Gut, er ist weg Wollen Sie meine Der Mann Auf Wegen Die Í Dar Die 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 Mist Ah scheiße Naja ich hab hier wenigstens Ah eine Bastion ja gut Da hast du dann auch natürlich Wenig Chance zu überleben Wenn da eine Bastion auftaucht Ulti wollte ich nicht machen Weil das wäre nur ich und Sarah gewesen Sarah Sarah ist auch schön Alter diese blöde Bastion da oben Haben wir nicht irgendwas was die Bastion Mal ein bisschen erledigen kann Macht nämlich ein ganz großes Problem Dass wir nämlich festhängen macht das Aber gut jetzt haben wir Widowmaker vielleicht Vielleicht erledigst du ja Bastion Wo seid ihr denn Wo seid ihr denn Alter Wie fragt ihr es woanders Kacke Scheiße Wir hängen hier gerade fest Wir hängen fest Wir brauchen jemand der Bastion erledigt Sonst wird das nix Gut die Falle haben wir wenigstens ausgelöst So jetzt geht es wenigstens mal ein bisschen weiter Da haben wir hier irgendwo Widowmaker oder was So sehr gut Sehr gut Das hätte ins Auge gehen So jetzt haben wir auch noch eist Klasse Fuck man Ja komm schon man Komm schon Komm schon Ja Wir haben es geschafft Alter Finne was ein Game Huiuiuiui Hui Das war Knapp geworden Das war jetzt ein richtig knapper Sieg Ich finde diese Siegespose so super da Hui Dit war jetzt auf jeden Fall anstrengend Ja Ja War ja hauptsächlich Reaper gewesen Aber passt schon Hui Da, hier. Jede Menge Soundbarrieren habe ich verliehen. Kriegen wir ein Like für, oder? Echt? Okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Harte Arbeit ist für sich selbst Belohnung genug. Wenigstens auch am meisten geheilt. Meine Güte. 27 Soundbarrieren verliehen, ey. Schön. Das lief aber gut. Gibt ein paar Punkte. Wir steigen ein bisschen. Leider immer nur ein bisschen. Konnte einmal ganz kurz spielen und habe, glaube ich, vier oder fünfmal verloren. Ja, klasse. Na gut, ab in der nächsten Runde, würde ich mal sagen. Ja, klasse. Ja, klasse.